Hallo, ich bin Tommi und heute an Weihnachten, da möchte ich einfach mal Danke sagen. Schon fast eineinhalbtausend Leute folgen meinem YouTube-Kanal. 600 sind allein in diesem sehr speziellen Jahr hinzugekommen und auch auf Facebook und Twitter habe ich immer mehr Follower. Ich freue mich über jede einzelne und jeden einzelnen von euch und auch über eure vielen Daumen hoch und Kommentare zu meinen Videos. Ich lese alle, auch wenn ich leider nicht immer Zeit habe, alle zu beantworten. In den letzten Wochen und Monaten war bei mir bei der Arbeit extrem viel los. Deshalb bin ich auch noch nicht dazu gekommen, weitere Videos hochzuladen. Aber sie kommen, versprochen! Ziemlich sicher noch dieses Jahr folgt mein Video zum lustigen Taschenbuch 539. LTP 540 dann im Januar. Es wird auch weitere Lego-Videos geben. Am 26. Januar mache ich das nächste Mal bei einem Lego-Livestream mit. Und auch zurück in die Zukunft-Videos soll es wieder geben. An Ideen fehlt es mir wirklich nicht. Nur aber halt einfach an der Zeit. 2020 war ja wirklich ein spezielles Jahr. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, euch mit meinen Videos ein wenig auf andere Gedanken zu bringen. Leider bleibt uns das Coronavirus wohl noch eine Zeit lang erhalten. Umso mehr will ich mir Mühe geben, bald schon wieder neue Videos für euch bereitzustellen. Das ist auf jeden Fall ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank, dass ihr meine Videos schaut. Bleibt gesund und bis bald! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020